Zimttier fördert die Entgiftung des Körpers, senkt den Blutzuckerspiegel, unterstützt die Gewichtsreduktion und reguliert die Menstruation. Zimttier lindert auch Magenverstimmungen, denn er enthält Magnesium, Eisen, Calcium, Ballaststoffe, Vitamin C und B1. Die Farbe des Zimtes wirkt entspannend. Sein starkes Aroma ist eine ausgezeichnete Alternative für einen natürlichen Duftspender im Auto, am Arbeitsplatz oder zu Hause. In dieser Form kannst du besonders gut von Zimt profitieren, da so gesundheitsfördernde Substanzen freigesetzt werden. Jedoch kann es langweilig werden, wenn du immer nur Zimttee trinkst. Deshalb haben wir einige Rezepte erstellt. Um aus diesen Nutzen zu ziehen und ihn weiterhin zu genießen. Diese Alternative eignet sich besonders für die warme Sommerzeit. Um seine Vorzüge zu nutzen, kannst du ein Glas kalten Zimttee nach dem Mittagessen, am Nachmittag oder nach dem Abendessen trinken. Lesetipp 7 Medizinische Eigenschaften von Zimt Die jeder kennen sollte, Schwarztee ist ein beliebter Klassik da. Mit Zimt schmeckt er besonders gut. Insbesondere an kalten Wintertagen empfiehlt sich dieses Getränk. Ja, du hast richtig gelesen. Der Zimttee kann einem herkömmlichen Kalbsragu eine besonders unwiderstehliche Note geben. Auch mit diesem Rezept kannst du von den Vorteilen des Zimts profitieren. Es eignet sich bestens für ein Familien- oder Weihnachtsessen. Lies auch Heilmittel mit Zimt und Stevia zur Regulierung des Blutzuckerspiegels. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.